Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Diese Sendung, in der wir junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vorstellen und ein bisschen mehr über ihr Leben erfahren wollen. Bei mir ist jetzt Dana, herzlich willkommen. Du bist 24 aus Biel. Was muss ich sonst noch über dich wissen? Ja, ich bin Musikerin. Ich bin inbrünstige Songwriterin vor allem. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Das heisst was genau? Das heisst, mein Sprachrohr und mein Ort, wo ich meine Emotionen herkanalisieren kann, ist die Musik. Und seit wann? Wann hast du das so gemerkt, dass Musik der Weg, den ich mich ausdrücken kann? Also Musik gemacht habe ich schon sehr lange, eigentlich seit immer. Musik zu schreiben habe ich, glaube ich, so mit zwölf Jahren. Als die Teenagerjahre so richtig reingekitteten und ich musste nicht mehr mit diesen Gefühlen, statt ins Tagebuch sein Nersongsort. Sehr cool. Und ich könnte jetzt nicht einfach auch Songs schreiben, so wie, wie hast du angefangen, hast du irgendwie im Internet herumgegoogelt, wie schreibt man Songs oder was? Ich glaube, es hat sich echt so ein bisschen ergeben. Ich glaube, wenn man eh irgendwie Musik macht, ich weiss nicht, ob du Musik machst? Nee, das kommt, glaube ich, nicht so gut. Wow, wow. Also jedenfalls habe ich für mich so ein bisschen Gitarren und gesungen schon immer und dann jamt man halt und irgendwann ist seine Wörter dazukommen und dann hat sich das so verbunden mit Okay, statt Tagebuch oder mit dem Inhalt von meinem Tagebuch schreibe ich jetzt noch eine Melodie dazu. Also deine Musik ist recht textlastig oder auf jeden Fall der Text ist sehr wichtig drinnen. Du schreibst viel von Verletzlichkeit und warum ist dir das so wichtig? Vielleicht so ein bisschen, dass wir an Menschen alle verletzlich sind und auch unsere Ängste und Sorgen haben. Also ich habe einerseits das Gefühl, dass es für mich etwas vom Tröstendsten ist, was es gibt eigentlich, herauszufinden, dass ich nicht alleine bin mit schwierigen Gefühlen. Und mir denke, es ist wichtig, dass wir einander auch mitteilen, so hey, ich habe das im Fall auch und es ist im Fall kein Problem oder ich mache das und das damit. Und ich glaube, so können wir uns eigentlich gegenseitig mega gut auffahren. Und irgendwie, für mich ist es eine Form von Nähe mit Menschen, wenn man das zusammen teilen kann. Also du hast schon seit gefühlt immer Musik gemacht. Jetzt hast du eine Band mit vier Jungs zusammen, machst du Musik. Wie ist es da dazukommen? Wie habt ihr einander so kennengelernt? Wie muss man sich das so vorstellen? Das ist mega lustig. Also bis vor kurzem sind es genau die gleichen vier Jungs gewesen. Jetzt ist leider der Drummer jetzt neu. Also er ist mega toll, aber der alte ist leider gegangen. Aber die anderen sind tatsächlich auch der Bassist, das ist mein Bruder. Also das ist mein erstes Bandmember gewesen schon seit immer. Und der Gitarrist und der damalige Drummer sind in die Oberstufe Schülerbands gegangen mit meinem Bruder. Und sie sind alle älter als ich. Und ich durfte nie mitspielen, weil ich war die kleine nervige Schwester. Und irgendwann habe ich so nach und nach alle, ausser meine Brüte, so in mein Bandboot auch noch reingeholt. Und schluss hat dann meine Brüte auch noch mehr. Das ist witzig. Aber wenn ich mir das so vorstelle, in einer Band, was ist eine Band eigentlich? Wie lebt man da zusammen? Es gibt, glaube ich, mega unterschiedliche Konstrukte. Bei uns ist es halt, weil wir uns schon so lange kennen und weil wir wie ursprünglich einfach vor allem Freunde waren, ist das, echt so das Familiäre, ist bei uns mega, mega wichtig. Also ich sehe auch so wie meine Brüte. Also der eine ist ja wirklich meine Brüte. Und natürlich, man arbeitet dann auch zusammen und es wird auch ernst. Und es geht um alle möglichen Sachen und auch um Geld und alles Mögliche. Aber es ist wie so, bei uns ist der Band-Spirit eigentlich grundsätzlich das Wichtigste. Du hast schon ein bisschen angesprochen, man ist nicht alleine. Und so ein bisschen die Verletzlichkeit, die du in deinen Texten ansprichst. Es war lange Zeit Corona gewesen. Du hast selber im Lockdown mit verschiedenen Musikern zusammengearbeitet. Wie ist es da dazu gekommen, dass du so ein kleines Netzwerk aufgebaut hast? Das ist auch so etwas gewesen, was ich mega aus meiner Comfortzone hausen musste. Das ist schon etwas, was für mich die Musik mega wichtig macht. Wie gesagt, Songs schreiben war für mich ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Und das würde man ja nie mit jemandem teilen. Das ist ja so das Intimste, was es gibt. Und darum wollte ich das nie mit jemandem teilen. Und dann bin ich aber irgendwann für einen Filmplatzspitzbaby eingeladen worden, um den Titelsong zu schreiben mit drei Leuten, die ich alle so halb hatte. Und ich hatte Panik, weil ich dachte, oh mein Gott, dann finde ich alle heraus, dass ich gar keine Songs schreibe und was, wenn mir nichts ins Innere kommt und ich voll ausgerastet habe. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Sehr empfehlenswert, solche Sachen zu machen, die ich manchmal mache. Weil es ist sehr gut gekommen. Und es ist sehr schnell der Song entstanden, wo es dann kam. Und dort habe ich gemerkt, wie magisch es sein kann, wenn man das mit jemandem teilt und auch die Verletzlichkeit zu lassen kann. Man kann nicht steuern, was rauskommt, aber zusammen kann etwas Megaschönes entstehen. Und das habe ich dann weitergezogen. Dann während des Lockdowns selber, die Woche. Wie hast du schon so die Musiker erlebt? Gibt es irgendwie so ein Klischee von Musikern, wo du sagst, das passt haargenau auf uns Künstler zu? Ich denke, etwas, was quasi alle verbindet, ist das Leiden als Künstler oder Künstlerin meistens schlussendlich kreativer Output. Ich möchte überhaupt nicht das Bild unterstützen, wo wir immer leiden müssen. Und nur gute Künstler, die müssen immer leiden. Das geht so, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir Kreativität schöpfen können aus schwierigen Momenten. Das ist etwas Megaschönes. Kreativ sein. Wenn du auf der Bühne stehst, dann ist das ja auch etwas, wo du sagst, ich gebe mich eigentlich völlig... Ja, also so bin ich. Wie ist das denn? Ist dir das nicht auch schwierig gefällt, wenn man auf der Bühne steht? Auf der Bühne zu singen habe ich immer sehr natürlich gefühlt. Das habe ich schon von klein an gemacht. Aber es ist sehr schwierig, auf der Bühne zu sprechen. Das ist irgendwie ganz etwas anderes. Und ich hatte das Gefühl, ich war so unbeholfen. Ich weiß nicht, was ich sage. Und ich muss jetzt irgendwie mit mehreren hundert Leuten reden. Und alle schauen mich an. Fuck. Das habe ich mich jetzt immer schon daran gewöhnt. Aber singen ist irgendwie immer gegangen. Was sind deine coolsten Auftritte? Oder gibt es so Dinge, wo du sagst, das war richtig geil. Ehrlich gesagt denke ich, das fast jedes Mal. Fast jedes Mal nach dem Konzert bin ich so, das coolste Konzert ever. Was megaschön ist. Weil ich so einen Moment Genialität. Aber ich glaube, was mir mega gespielt hat, ist zum Beispiel nach dem Lockdown. Das erste Konzert, das wir wieder gespielt haben, war in Bern. Beim Generationenhaus. Und es war ein guter Besuch, Openair, so ein mega schönes Frühlings-Sommerabend. Und ich wieder vor Leuten zu spielen. Und sie so, boah stimmt, das ist ja das, was wir echt machen. Und das, was wir am liebsten machen. Irgendwie vergisst man es ein bisschen. Alleine zu Hause im Lockdown kannst du dir nicht vorstellen, wie es ist, wieder vor Leuten zu stehen. Und dann machst du es einfach so. Und wenn ich jetzt aber so in ein Konzert gehe, dann ist es ja meistens so, man sieht der Sänger so. Vielleicht wird noch Techniker so bedankt und so. Aber sonst wäre alles eigentlich hinten dran. Ich habe jetzt das Gefühl, das wissen wir alle gar nicht so. Kannst du mir da ein bisschen helfen? Ja, es sind immer viele Leute hinten dran. Also in meinem Fall ist das Team ein bisschen grösser geworden. Es hat jetzt eine neue Booking-Agentur. Also die ganzen Leute, die die Konzerte organisieren. Einerseits, die die Künstlerinnen vertreten. Ich habe eine Booking-Agentur und andererseits von den Venues aus, also von den Locations, wo dann irgendwie schauen, wer wollen wir überhaupt. Und alle Leute, die das alles organisieren und für das Essen und Technik und für alles schauen, das sind immer so zwischen 10- und 100-köpfige Crews, die, genau wie du sagst, kaum irgendwie gesehen werden. Und wie kommt man so zu diesen Leuten? Also wie ist die Musikszene so ein bisschen organisiert? Sie ist sehr übersichtlich in der Schweiz. Schon? Es ist, also, natürlich, es gibt immer so Crews und Gruppchen und so, aber grundsätzlich, gerade unter den Musikschaffenden selber, ich glaube, ich kenne die meisten. Weil ich meine so, nur die, die ich nicht kenne, kenne ich natürlich nicht. Darum kann ich das nicht einschätzen. Aber wenn ich so Lineups ansehe von Schweizer Act und so, bin ich schon meistens so. Die kenne ich, und die kenne ich, und die kenne ich. Irgendwie, ich glaube, sie sind alle recht offen und man macht sich irgendwie in den meisten Fällen und man unterstützt sich und ist irgendwie interessiert, wer da noch kommt. Das finde ich voll schön. So an den älteren, schon ein bisschen mehr eingesessenigen Bands, dass die meistens mega offen sind, für was können da die Jungen und was bringen die, was machen die. Also es ist nicht so ein Konkurrenzdenken, dass man jetzt das Gefühl hat, ich muss mehr Alben verkaufen, als der. Also ich weiss natürlich nicht, was ich den Leuten in den Köpfen vorgehe. Und ja, man weiss nie. Aber das, was ich so ein bisschen zu spüren bekomme, oder dadurch, dass ich ja mit verschiedenen Leuten auch arbeite seit zwei Jahren, ist, dass gerade wenn man zusammen die Ebene findet von «Hey, wir können uns ja gegenseitig kreativ bereichern», dann fällt so alle Konkurrenzkampfe weg, weil man ist eigentlich miteinander kreativ. Sehr gut. Du bist jetzt an einem neuen Album dran, das kommt gleich raus. Kannst du uns ganz, ganz kurz die wichtigsten drei Punkte sagen, was das für ein Album zu erstellen alles braucht? Was es alles braucht? Also es braucht unbedingt jemanden, der es produziert. Das ist die Person, die ich am meisten Zeit mit dir verbrachte. In meinem Fall ist das der Tom Oehler. Den kennen vielleicht von Ikan Hill, hat er ganz viele Sachen gemacht, die sind ja auch aus Winter. Genau, von dem her jemanden, der es produziert, ganz wichtig. Dann braucht es Songs und Leute, die Songs schreiben. In meinem Fall sind das wieder unterschiedliche Leute, die ich mit ihnen habe, Songs geschrieben. Es ist so ein Sammelsurium von den letzten zwei, drei Jahren. Und als drittes? Ehrlich gesagt braucht es verdammt viel Geld. Es braucht wirklich richtig viel Geld. Und zum Glück leben wir in der Schweiz und haben ganz viel Kulturförderung. Und das braucht dann sehr viel Zeit, um diese Beanträge zu beantragen. Sehr cool, sehr cool. Merci vielmals, Daniel. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viel weiterreden. Aber die Minuten, in denen wir uns jetzt hier sind, blieben, die sind schon vorbei. Aber merci vielmals, dass du da warst. Merci dir. Hat mich sehr gefreut. Sehr spannend gewesen. Danke noch dir, die zuhörst. Merci vielmals. Noch ein schönes Tag. Tschüss. Tschüss.